Ja, du sollst sie fangen, guck. Schlappe Socke. Super. 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 Hi. Hi. Kann auch wieder. Ja, ich bin hier. Okay. Ja. Ja. Ja, ich bin hier. Hier bleibt. Ja. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 und dann wird er wieder gespielt. Wie? Was ist mein Dich? Ach, die Schari! Ach! Wie Schari! Auch das Frautchen, ne? Mal gucken. Weißt du? Die Schari, die muss noch erstmal sich... Guck mal rein spielen. Ernst du? Ja, bring hier den Ball! Ja, bring hier den Ball! Du siehst nicht blau, ne? Könnte passieren, oder? Ja, ja. Ja, bring hier! Ja, bring hier! Ja, ja. Genau, Jufa, spiel immer mit ihr! Ja, jetzt sieht er, jetzt ist... Das war aber böse, ne? Ja, ja. Guck mal hier! Guck mal hier! Guck mal hier! Was ist jetzt vorbei? Kann ich den einfach gleich wieder suchen, weil der Jufa über die Schlüsse nicht vollkriegt, ne? Wo ist er jetzt? Eier hat mich gefunden. Ja, das hätte es mal ein bisschen liegen, ne? Das ist ja ein Cookie-Ball. Ja, das ist ja ein Cookie-Ball. Das ist ja ein Cookie-Ball. Ja, das ist ja ein Cookie-Ball. Ja, der war gemein, ne? Ja, ja. Der ist ganz cool wie es manchmal, ja. Und ja, der ist ja... Wir haben immer beide beliebt. ...aber super! Ja, super! Hup! 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 Ja! Da kommt die Bölle weg. Ab! Wann schon wieder? Ja, dann kommen die Bölle weg. Wann kommen die Bölle weg? Pucki! Wenn ich nicht gesehen habe, fängt er wieder an. Wenn ich nicht gesehen habe, dann zeig ich dir auch mal die Böde. Ja, richtig. Puck! Genau. Also 1-2-3 Mal, wenn ich nicht so auf. Richtig! Hört sich da raus, kleine Ziege. Ach, was soll ich denn? Ja! Ich glaube, Juker ist K.O. Ja! Zumindest für 2 Minuten. Ja! Bei dir immer! Ja! Das ist doch gut! Ja, ich verstehe immer Warten! Ja! 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 Ja, aber die hat nur die gestärten Künften. Ich halte das Tierricht sowieso überhaupt nicht! Ja! Ja, aber guck ich! Das System ist so viel! Also... Ja, ja! Ich kann die einen hören zu sehen, das ist so einfach so ein bisschen gekrosselt. Die Leute sind auch nicht gebremst! Ja, aber das ist nicht so. Ja. Ach, so. Na, Paula? Wie ist sie? So, lass es. Hallo. Hallo, seid ihr da? Bitte. Was hab ich hier? Ja. Ja. Ich weiß nicht, die... Hallo, hallo. Aber wie gesagt, gut der weiße Waffe. Ja, ja, gut doch. Joa, ich bin da. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Oh, hallo. Ist richtig? Wow, hab ich da. Ich habe vollagi getroffen, die schlische Sachen. Ja, ja, ich würde da mal zu spielen. Ja, Paula! Ja, Paula hör auf! Ja, natürlich. Kul! 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 Ja. Also es ist halt so ein Bogenwassel am Regen. Bogenwassel am Regen, ja. Ja. Bogenwassel am Bogenwassel am Regen. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Aber es ist zwei Luftgefahren. Ja, war doch. Das war auch noch eine Autobahn. Ja, da war dann noch einmal wieder so ein Wupps-Ding, ne? Ja, Mann! Mann! Lass es! Das ist eine gute Idee. Überleg die, glaube ich, in den Gegend. Ja. Paula. Das geht immer noch nicht. Die bleibt auch. Die bleibt. Fahrrad bleibt. Paula. Paula, da kommt ein Fahrrad. Paula, da kommt ein Fahrrad. Paula. 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 Ich habe Glück, dass er gerade geguckt hat. Ich habe Glück, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich habe Glück, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle.